Hey, gib mir doch um! Ein Fläschchen dürfte reichen! Was ist los? Sieht aus, als würdest du was entschieden für einen Roger. Tja, das könnte stimmen. Ich mach mich oft zur Grandline, will mich ein bisschen amüsieren. Und auf dieses Abenteuer freue ich mich wie ein kleiner Junge. Du willst doch nicht wirklich zur Grandline segeln? Wieso? Hast du was dagegen? Nein, Roger, ich hab natürlich nichts dagegen. Aber wenn du ein Rad willst, fahr überall hin, bloß nicht zur Grandline. Von da ist doch keiner wiedergekommen. Das macht die Sache ja so spannend für mich. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Raum. Ein Fässchen dürfte reichen. Nach diesen Worten trank er alle meine Vorräte aus. Und am nächsten Morgen segelte er einfach sehen ruhig davon. Und als ich einige Zeit später hörte, dass Gold Roger die Reise lebend überstanden hatte und gesund zurückgekehrt war, da war ich überglücklich. Und hier.